Hey, wer bist denn du eigentlich? Ja, hallo, mein Name ist Max. Ah, und woher kommst du? Ich? Ich komm aus Neuss. Äh, wie bist denn du auf deinen Namen Maxim Neuss gekommen? Also, mein Name ist Max, ich komm aus Neuss und deswegen passt es natürlich ganz gut. Es kommt aber auch von dem Englischen Make Some Neuss. Make Some Neuss! Und das soll heißen, mach mal lernen. Und das bedeutet, dass man dafür Lärm machen soll, woran man glaubt. Mhm, und was machst du so? Also, am liebsten mache ich Musik. Äh, sag mal, wie kommst du eigentlich auf deine Songtexte? Also, die Texte aus meinen Songs entstehen meistens spontan. Wenn ich halt ein Gefühl habe, was gerade in mir hochkommt oder was ich in mir abrufe, schreibe ich das nieder. Und meistens sind die Geschichten, über die ich schreibe, Geschichten aus meinem Leben oder von sehr guten Freunden von mir oder Menschen, die mir nahestehen. Ah, okay. Und wie lange brauchst du dann, um so einen Song zu schreiben? Oh, das ist ganz unterschiedlich. Also, zum Beispiel für das Lied Baumhaus habe ich drei, vier Stunden gebraucht. Das habe ich in einer Nacht geschrieben. Und das Lied Blitzschlag zum Beispiel im Gegensatz hat zwei Jahre gebraucht. Da schreibt man manchmal hier eine Zeile, da eine Zeile. Nach einem halben Jahr den Refrain und nach einem Jahr, zwei Jahren, war es dann fertig. Also, es ist ganz unterschiedlich. Sag mal, wann trittst du eigentlich mal das nächste Mal irgendwo auf? Also, manche Konzerte sind ganz spontan und manche sind von langer Hand geplant. Zum Beispiel am 15.04. gibt es eine U16-Party im Pier 1 im Greyhound Café, hier in Neuss direkt. Und alle anderen Dates und Infos erfahrt ihr auf jeden Fall auf Twitter und auf Facebook. Und ihr könnt hier euch dieses Video anschauen. Da erfahrt ihr, wie man mich buchen kann. Dann könnt ihr mich bei eurem Jugendzentrum oder bei Konzertveranstaltern vorschlagen. Und ich komme auch in eure Stadt. Sei mal ehrlich, rauchst du? Ne, ne, also ich bin überzeugter Nichtraucher von ganzem Herzen. Okay, wann kommt denn mal dein nächstes Album raus? Wenn alles gut geht, kommt das neue Album im Frühling oder im Sommer. Ansonsten habt ihr die Möglichkeit, das Album Geistesgeil unten in der Infobox umsonst runterzuladen. Ich poste euch da einen Link rein. Und außerdem ist da noch ein Link zu der Muckefreak4life-Collection. Da könnt ihr bei Amazon, bei iTunes, bei Musicload und so weiter 10 schöne Songs kaufen und mich damit unterstützen. Was ist denn dein Lieblingsgetränk? Am allerliebsten trinke ich Wasser. Wir bestehen am meisten aus Wasser. Und Wasser ist einfach gut für Körper und Seele. Und deswegen trinke ich am liebsten Wasser. Einfach das Beste. Kann ich eigentlich irgendwo ein Autogramm von dir bekommen? Sehr gerne, gar kein Problem. Schickt mir einfach einen frankierten Rückumschlag an die Adresse, die hier eingeblendet wird. Schreibt mir dazu, für wen ihr wie viele Autogramme haben wollt. Die müssen natürlich in den Umschlag reinpassen. Und dann bekommt ihr so eine Autogrammkarte mit persönlicher Widmung von mir an euch zugeschickt. Okay Leute, das war das erste Interview hier auf dem Max-Im-Info-Kanal. 11 Fragen, 11 Antworten. Diesmal kamen die Fragen noch von uns. Das nächste Mal kommen sie schon von euch. Postet einfach unten ins Kommentarfeld, was euch interessiert, was ihr immer schon mal wissen wolltet. Und vielleicht wird deine Frage schon beim nächsten Mal beantwortet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Max, ich komme aus Neuss. Bis bald! Soll man nicht machen, ist kein Kugelgelenk? Okay, komm. Soll das erwarte? Soll du das? Soll das? Soll ich Gott Hilfe, verwe�eren? Ich glaube,elt ihr denennisstil Ausfuß. Liegelenkert Schein ist die 6 3. Wushering-H Eyelögerkさ.